Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren paar Let's play Digamon Cyberslife Hackers Memory Du hast du Farbdruckt, werde ich stark? Na schön, dann häng ich mich rein. Übernimm dich nicht. Es ist wichtig, dein Training fortzusetzen. Äh, wer warst du gleich nochmal? Ach ja, Cedomon. Ey, ja, mein wichtigstes Digamon überhaupt. Ja, Leute, was machen wir hier gerade? Wir haben beim letzten Mal... WarGreymon uns geholt. Schau dir hier an. Jetzt WarGreymon wahrscheinlich die Kap... Okay, WarGreymon hat ein bisschen Lampenfieber, tut mir leid. Traut sich nicht in die Kamera zu schauen. Wir versuchen hier gerade eine Hacker... Ah, beim letzten Mal haben wir eine Hacker-Gruppe gestoppt. Sagen wir es lieber so. Ähm... Und... Nun... Ach, ich habe noch keine Attacke. Ah doch. Ich habe noch eine Attacke, die auf alle geht. Wir sind hier gerade dabei, ähm... Etwas herauszufinden über zwei Insekten, die wir aneinander gekämpfen und... Äh, wir hatten Insekten-Süchtigen, der sich an sowas ergötzt. Und jetzt bin ich doch mal gespannt, was wir herausfinden können. Machen aber davor erstmal... Acceleration-Boost. Das ist wichtig. So, übrigens, warte mal. Ich muss das bei WarGreymon anders machen. Das ist nämlich doof so. So, ganz oben. Acceleration-Boost. Dann... Angriffsladung. Dann... Napa-Molke 3. Und der Meteor-Statz 2. Genau. So. Und jetzt schauen wir einfach... Na, jetzt bin ich noch der Lüft. Wohl. Ah, war sogar der richtige Weg. Sehr schön. So. Jetzt ist noch das Einzige, was madig sein könnte. Äh... Na, passt. Passt alles, alles super. Ja, wir versuchen jetzt, wie gesagt, hier durchzukommen und herausfinden, was diese schönen Insekten sind, die hier unser Insektologe gefunden hat im Internet. Und wir müssen eben herausfinden, was das für Insekten sind. Ja, ich bin mir sicher, sie sind... Eins ist sicher ein Kuwagamon. Wir haben schon beim letzten Mal ein gar nicht so freundliches Cherrymon getroffen, weil es uns hier einfach angegriffen hat. Von mir kriegst kein Geld, Cherrymon. So. So, jetzt runter. Zack. Ansonsten haben wir beim letzten Mal mit der Werten Fee gekämpft und... Ach, das ist so ein blöder Dungeon, man. Ich wollte mir ja oben halt in die Brücke einfach machen, aber dann machen wir uns auch keine Hicke. So. Ähm, beim letzten Mal haben wir nochmal mit der Werten Fee gekämpft und auch eine Hicke-Gruppe immer wieder bezwungen. Ja, und jetzt schauen wir erstmal, was hier das für schöne Insekten sind, hier in diesem wunderschönen Insektenforum. So. Und mein Dinubimon ist ein viel cooles Insekt. Uh, das ist Grand Quagamon. Gegen Golden Quagamon. Äh, oder... Alter, das sind zwei Mega-Digamons. Nicht schlecht. Und schon sind sie besiegt. Das sind die Käfer. Das ist ein bitterer Kampf. Aber sie, äh, aber sie wirken beide erschöpft. Herkules-Capotetimon verzahnt. Ach, stimmt ja. Herkules-Capotetimon ist anders, Grand Quagamon. Ha, ein Mensch. Wie kannst du es wagen, ohne laut auf unser Schlachtfeld zu kommen? Wer bist du? Menschen haben unseren Kampf gesehen. Du, willst du wissen, warum wir kämpfen? Das erzählen wir dann natürlich gerne. Wir kämpfen, um zu sehen, wer stärker ist. Wir hören nicht auf, bis einer hat uns verliert. Ich werde nie zulassen, dass Herkules-Capotetimon mich besiegt. Das gleiche gilt für mich. Wir sind ewige Rivalen. Und trotzdem, der Gedanke, dass Menschen sich für unsere Kämpfe interessieren, das macht uns sehr glücklich. Gut, dass wir die Videos im Internet ins Internet gestellt haben. Wir wollten, dass mehr Menschen Leute von uns erfahren. Genau, viel mehr Leute. Mein Bauch. Ich habe so richtig Hunger. Wir kämpfen schon seit Tagen. Und uns ist das Essen ausgegangen. Kannst du es zu etwas bringen? Saft von einem Pflanzentichen. Bitte. Sie haben abgehört sich zu wegen. Sie brauchen dringend jetzt ab. Und zufälligerweise sind mir gerade zwei Pflanzentichen. Wenn wir glauben. Oh, Cherrymon. Leute, das ist ein teuer schon, Mann. Ich dachte, wir kämpfen gegen die jetzt, Mann. Ich würde schon gerne gegen zwei Mega-Digamons kämpfen, Mann. Wo und Raymon, man besiegt sich alle. Das ist nämlich die Mega-Entwicklung von Capoteremon. Wir hatten ja auch mal ein kleines Tendemon. Das hätte auch zu dem werden können. Cherrymon, gib mir deinen Saft. Haha, du willst von dem Saft? Reicht es nicht, dass wir dich vorbeigelassen haben? Wut, Mann. Geben wir ihm einfach den Saft. Aber wir haben verloren. In dieser Welt die überlebte Stärkere. Die Schwachen sollten den Starken gehorchen. Sonst werden wir sterben. Na schön, geben wir ihm. Ist eine Portion von jedem von uns genug? Naja, ich will eigentlich noch was für zwischendurch haben. Soll ich jetzt nicht bekräften und bekämpfen uns dann? Das wäre nett. Ich fühle mich so stark. Jetzt können wir unseren Kampf fortsetzen. Hoffentlich wird unser Kampf so richtig prüft. Wir dürfen unser Publikum nicht enthäuschen. Okay. Schade. Na ja, aber Kesterfeld. Hallo. Hast du herausgefunden, warum sie kämpfen? Um ihr Stärke zu beweisen? Wow. Das ist echt cool. Ich weiß nicht, was Digimon sind. Aber sie sind wirklich außergewöhnliche Kreaturen. Es ist meine Pflicht, ihren Kampf weiter zu beobachten. Und so viele Leute wie möglich davon zu erzählen. Posten im Internet sind dazu der beste Weg. Die Leute werden es sicher faszinieren finden. Der geht es doch auch schon so, oder? Ja. War gar nicht so schlecht. Genau. Egal, wer gewinnt. Bader haben sich ein Lob verdient. Das ist ein spannendes Spektakel. Danke, dass du diesen Fall gelöst hast. Ich melde mich bei dir, wenn noch etwas ist. Das heißt, irgendwann werden sie dann kommen und dann werden sie außerwassen und uns gegen uns kämpfen. Und ich freue mich auf diesen Tag. So. Jetzt sollten wir noch eine Quest haben. Und dann geht es schon wieder weiter mit der Observe, oder? Genau. Liebesfriedige in System. Aus der Filmstudio, noch ein Plan für Regiemann. Strenge, aber niedliche Chefs. Ebene 3 in Kalon. Das hört sich irgendwie merkwürdig an. Mehr Liebesbrief als Fall. Geht zuerst zur Ebene 3 in Kalon. Okay. Ich habe keine Ahnung, was auf uns wartet, aber ich bin gespannt, Mann. So, Kalon, Ebene 3. Das ist ja eigentlich unser Standard-Locations, Mann. So. Maxo. Spearer. Wer will was? Wer will was? Komm. Ah, Genie ist gut für auf die 12. Na ja, besser jetzt, als wenn ich dann in der Farm drin bin. Äh, wenn ich dann in Dungeon drin bin. So. Gut. Hallo. Moin, moin. Ich bin der MC Morphix. Wie läuft's? Oh, Dankeschön. So. Dann machen wir hier auf die Farm. Oh, wir können auf die Farm und weiter rummachen. So. Bäm. So, und schon gibt's Palmen. So, was machen wir, machen wir einen harten Kurs, oder? Genau. Was haben wir denn? Ausdauer haben wir. Mua. Machen wir einen Kämpfer. Ich meine, ich werde die Dicken uns eher lehren in meiner Partie nehmen, aber das ist natürlich unwichtig. So. Keine mehr Herstellung. Und. Schauen wir mal. Wir sitzen aus. Machte doch mal. Nö, nö, nö. Platin-Sukermord kann man auch wieder zur Ethemon hochentwickeln. Hat er ja schon 67 Punkte. Bam. Und dann wieder zurück zur Platin-Sukermord. 71, Mann. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Und ansonsten haben wir nix. Oh, hier. Raremon kann man zur Blau-Metall-Ramemon machen. Aber ich hätte ihn, ehrlich gesagt, Intelligenz 80. Schaust du das? Siehst nicht so intelligent aus. Das ist leider der Intelligenz 80. Entweder ist aber egal. Metall, Greymon, Blau. Geil. Da können wir uns dann Black War Greymon nämlich machen. Schaffen wir zwar unmöglich mit ihm, weil er braucht man Fähigkeitspunkte, aber wo? War Greymon, Blau. So. Ansonsten haben wir nix. Okay, gut. Dann war's das schon wieder. Ich bin jetzt heiß auf Mastemon, Mann. Müsste ich eigentlich glatt wieder rein tun. Aber, Leute, jetzt ist erstmal... Also unser erstes Ziel ist jetzt erstmal, Metallica Ruru-Mod zu machen. Dafür brauchen wir noch, ich glaube, 18 Level. Und dann... Ah. Imperial-Mod wird schwer, aber werden wir auch unterkommen. So. Magst du Speed-Off? Kann ich... Ah, ich muss mir unbedingt einen Digimon holen, mit dem ich random encounters aussteigen muss. Und jetzt bin mir ganz sicher, es ist ein Datei-Digimon, was ich dazu brauche. Also das einzige Digimon, was ich natürlich nicht dabei habe, aber irgendwann... Deswegen habe ich wieder im Gerudel-Mod auch mal einen SP-Bonus gegeben, damit er endlich mal... Ähm, wenn wir endlich mal ein starkes Datei-Digimon haben. So. Schauen wir mal. Das ist madig, wenn sie gesagt, Kalun Ebene 3, weil Kalun Ebene 3 hat halt drei Gänge. Er hat rechts, links und hier geradeaus, Mann. Das ist ziemlich groß, Mann. Können wir uns eine Weile suchen. Ich habe da einen Meteor-Einsturz. Kick. Sehr schön. Der Ruger-Mon hat nochmal weggebanscht und hier... Das kleine, süße Lobo-Mon hat auch keine Chance, Mann. Weil es gibt kein... Für mich gibt es kein Lobo-Mon, für mich gibt es nur Terri-Mon. Ach, mein gutes, altes Terri-Mon. Das hätte ich gerne importiert aus meinem ersten Cyberslauf. Wenn ich einen Digimon importiert hätte, dann wäre es Terri-Mon. Besonders, weil es dann irgendwann so dem goldenen Rapid-Mon wurde. Was mich stört... Leute, wir haben immer noch keine Armor-Eier. Ich hoffe es ja. Das ist übrigens meine ganz große Hoffnung aus Cyberslauf. Wenn wir echt enttäuscht, wenn sie es nicht machen... Ähm... Es gab ja in, ähm... Erstens, Cyberslauf. Ähm... Oh, machen wir mal kurz das Digfest. Dann gehen wir gleich weiter. Ich kann den Klienten nicht sehen. Ich bin hier vielleicht falsch. Ich bin hier. Entschuldigung! Das war's für heute. Ich habe eine eigene Hilfe von dir gemacht. Ich denke, sie hat mich dazu gehört. Wer hat das mit Schwerpunkt? Ich habe gedacht, dass ich das Gegenbekommen habe. Und ich habe dich für meine Gegenbekommen. Ich habe mir auch eine Frage, die ich für deine Gegenbekommen habe. Ich habe mich sehr interessiert. Ich habe mich für die Gegenbekommen. Ich habe mich sehr interessiert. Ich habe mich für die Gegenbekommen bekommen. Ich habe mich für die Gegenbekommen. Ich bin der Schügel-Werr. Das ist die Schügel-Werr. Das ist die Schügel-Werr. Ich bin der Schügel-Werr. Wir sind ein wenig bekanntes Degimon, also mein Degimon. Ich kann mich sehr gerne mit dir beinigen. Meine Frau, ich habe das nicht gesagt, wenn ich meine Schügel-Werr. Aber ich habe gesagt, dass ich mich nicht so gut verletze. Ich habe die Schügel-Werr. Ich glaube, das war so. Wir sind hier in dieser Welt gekommen. Das ist der größte Digimon, der Gankuilmann und der Hachkuhmann. Wir waren zusammen mit einem Digital-Wirld auf dem Weg. Aber ich habe mich überrascht. Ja, das war ich. Ja, das war ich. Aber wenn ich mich so, dann sind wir hier in dieser Welt gekommen. Und... ... 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 Ich weiß, aber... Okay, okay, ja. Ich weiß nicht, aber ich kann mir sich auch das Gefühl haben. Ich weiß nicht, dass ich es gut fühle, aber... Ich verstehe mich, dass ich nicht mehr als euer Welt auf dem Weg zu gehen. Aber ich weiß nicht, dass es nur für mich zu suchen ist, und ich habe keinen Geld, und ich habe es nicht mehr so viel. Ich weiß nicht, dass ich es nicht mehr so viel zu tun. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so gut bin. Ich habe auch ein Problem. Ich habe mich nicht so gut, aber ich kann es so schön sein, was ich? Ich habe mir gesagt, dass ich mich nicht so schön sagen kann. Ich kann mich nicht so schön sagen, dass ich mich nicht so schön habe. Das war's für mich. Ich weiß nicht, dass du dein Gesicht schrecklich ist. Ich weiß nicht, dass du den Edeen der Edeck-Konferen hat. Ich dachte, dass du noch ein grosser Mann kommt. Ich weiß nicht, dass du den Edeck-Konferen hat. Ich weiß nicht, dass du den Edeck-Konferen hat. Das war's für ein wenig... Ich würde es nicht mehr so sein. Jetzt kommen die Verstüren. Ich bin der Wunsch. Ich bin der Wunsch. Aber so ist es... Was ist das, wenn ich noch ein paar Mal ein paar Mal sehe? Wie kann man das Bruch wiederverkündigen? Was ist das wirklich? Bitte schauen Sie uns mal kurz. Oh, wirklich? Ich bin so ein敵, oder so ein Schwerter. Ich bin so ein Schwerter. Ich will mich nicht nur mit einem Schwerter machen. Ich will mich nicht mehr so schlafen. Entschuldigung, dass du einfach nicht so schlafen. Aber wenn du es aufhörst, dann kannst du es gut für dich. Ich hoffe, das ist es möglich! Ich kann mich so beten, um dieses Ziel zu uns. karreантliche Ich bitte! Ah! Hier ist der Beweiler! Ich muss uns bereit sein. Ich bin bereit! Hier ist es gut. Oh ja. Ja, ich bin der Training Gym, nicht wahr? Ja, genau. Es gibt ein sehr guter Gim-Träger. Es gibt einen gewöhnlichen Gim-Träger. Es gibt einen gewöhnlichen Gim-Träger. Was ist das? Ich bin froh. Ich bin froh. Das ist gut, was ich. Bokum, Bokum! Wir sind ein Künstler. Ich bin hier in Training gekommen. Wenn Sie die Hacker verabschieden sind, wenn Sie sich das nicht verabschieden sind, dann werden Sie hier sehr stark sein. Ja! Na, was Sie? Ja, ich bin schon hier. Ich bin gespannt, was ich? Wer ist das? Was? Was? Ich habe mich gefragt, dass ich mich nicht erwarte, aber... Das ist mein Leben, Digital World! Ich bin nur ein Freund. Ich bin nur ein Freund. Ich bin nur ein Freund. Ich bin ein Freund. Das war's für heute. Also, Agumon-san, Gabumon-san! Wir sind Schüß-Tamon-S姉妹 und die Schüß-Tamon-S姉妹, aber heute jeden Tag, Sie können Sie sich selbst trainieren. K... 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 ist es das Tü-Tamon-san? K ... Und umherintroduış Gro tingичего k infilt valores америкeringfam! K- Kmentar See. K- Kdestin Uwe- anxiety durch Kanzi einer Konzentrische bin ich sprach raus. Aber ich habe es nicht so am Plippschirm, weil ich nicht die Klappe habe. Aber ich habe eine Angst vor dem Hintergrund! Die Klappe? Ah? Das Schaum? Vielleicht ist das DEMONZ? Was ist DEMONZ? Agen im Verlust der Schwerke Team! So, so. Edeen ist viel zu tun. Lämon-Zamä! Wie ist das, dasselbe? Jönl-Ten! Was? Was? Was ist das? Was ist das Problem? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich weiß nicht, dass du ein guter Freund hast. Ja, ich glaube auch sehr gut. Das ist einfach nicht einfach. Aber ich weiß nicht, dass du ein guter Mensch bist. Entschuldigung. 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 Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass es ein guter Mensch ist. Genau. Ich werde es sicherlich machen. Hey, hey. Wenn du hier trainierst, kannst du es? Ja. Wenn du, wenn du zu Ende aufhören möchtest. Ich bin sehr schwer. Untertitelung des ZDF, 2020 Leute, die beste Quest aller Zeiten, denn dort sehen wir den wichtigsten Charakter aus dem Digimon-Universum und das ist nicht gelogen, man. Sie hat die Welt gerettet, man. Es ist verdammt nochmal. Ja, es ist nicht das Smartphone. Alter, Leben hat das ja nicht schlecht. Es ist verdammt nochmal, Nokia-sama. Und dazu haben wir noch Plan, die Systeme. Ich dachte mir erstmal schon, Leute, was sind denn das für coole Charaktere, man. Die sieht ja so lustig aus, man. Die muss ich auch haben, das sind echt Digimon's. Ich glaube, hier sind wir noch nicht, aber es sind echt Digimon's, man. Bär, das ist jetzt, will ich mal wissen, was du für's gehst davon. Bitte haut mal. Na, okay, Aura. Alla, Leute, man. So eine schöne Quest, man. Erst haben wir die beiden hier, die eh schon mal cool sind, man. Ähm, die sind wir, das hier. Oh, keine Minuten, wir das hier. So, ob man sie drauf hat. Nicht schlecht, man. Aber jetzt beenden wir sie erstmal, oder? Boah, die sind Kraft. Es ist ja auch ein Rookie, man. Aber ihr dürft das nicht unterschätzen, man, weil, ja. Ja, sie hat es geschafft vor mir auch. Sie hat es echt geschafft vor mir, äh, hier. Ähm, Dings, da wäre es dann nochmal auf dem Niveau zu bekommen. Nein, der eine so geile Quest, das ist endlich Nokia. Ich freue mich so sehr, dass wir sie endlich getroffen haben. So.